Heute bin ich wieder mal beigefahren Tirol, diesmal ohne nicht fahr, weil er gerade im Urlaub ist und jetzt hören wir mal da ruhig fahren. Ich fahre nicht ganz genau, wo ich fahre. Zur Zeit fahre ich gerade die rote. Vorstellend sind nur Lacken, dass es besser und regnet hat. Und das sind aber Wurzeln nass. Wie der Radfahrer war es. Boah, nasse Wurzeln sind nicht gerade das Beste. Aber, ja schauen wir mal wo wir dann fahren. Aber sonst, wenn es gerade regnet hat, ist der Bikeparktirol auch immer zum Fahren. Weil der Erde ein bisschen feucht ist und dadurch kann man besser die Kurven fahren. Es ist sonst ein bisschen rutschig sein. So, das war das erste Stück. Aber wieder raus. Bei Laue. Da muss man ausholen. So, und dann Laue. Eben, das sind jetzt die großen Rutschipp. Boah. Alter. Da ist der Filter. Richtig gut oi. Vielleicht haben wir uns voll eingelassen. Boah. Geil. Ja egal, ich fahre mal weiter dort. Da ist der Filter. Ganz gut gefällt. Jetzt meine Gestalt. Ist ein bisschen heißer gebaut. Wenn man durchgeht. Da braucht man das einfach ein Maß. Und dann einfach mit gestalt durchziehen kann. hier ist die wieder halbwegs gut wieder weiter unten kommen wir gleich rot weiter jetzt kommt der dabei kurz noch da links ab und jetzt das zarteste stück Kragschaft. Das war jetzt blau. Das sind so deine Tables. Schauen wir mal, ob sie gehen. Alle gehen nicht jedes Mal. Boah, ich bin zweit. Jetzt war's ja fast kurz. Jetzt gehen wir da rein. Blau noch ein Drop. Nichts Wildes. Da muss man langsam fahren. Und dann ist das jetzt richtig artig. Boah, scheiße. Dann treibt es wieder langsam fahren. Und jetzt wird es wieder ab. Jetzt ganz zur Ruhe. Huh. Dekof ist richtig heißer. Und jetzt kann man drei dubbeln. Boah, die sind so geil. So, jetzt sind wir eh schon fast ganz unten. Also wie man sieht, auf der roten Strecke sind schon ein paar zache Sachen dabei. Aber wenn man schon ein bisschen downhills tut, ist das kein Problem. Jetzt geht's gut. Ja, dubbel. Jetzt müssen wir da weiter hoch einkleilen. Den Tabbel. Wuh. Yeah. So geil. Jetzt kommt der Steilpuffe. Bei solchen Steilpuffen ist es immer besser ein bisschen tiefer unten bleiben. Da kann man mehr Speed mitnehmen. Und es ist einfach schneller. So. Jetzt geht's alleine so aus. Und da wird es noch verweildet. Nichts Wildes. So. Also. Das war wieder einmal Bikepark Tirol. Und ich hoffe, das hat das Video gefallen. Ganz gerne liken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.